Als ich angefangen habe Lyrik zu schreiben, war mir gar nicht klar, dass das etwas ist, was ich länger machen werde. Das kam eher aus einem Impuls heraus, war eine ganz emotionale Zeit mit verschiedenen Freunden, mit denen ich irgendwie durch dick und dünn gegangen bin. Und dann kamen so die ersten Texte und ich dachte mir, okay, das ist vielleicht eine Phase. Und es hörte aber nicht auf und diese Phase hielt an. Als ich vor ein paar Jahren mein Gedichtband fertiggestellt habe, habe ich mir überlegt, wie kriege ich das Ganze jetzt unter die Leute. Und da musste ich mich an Leonard Cohen erinnern, der gesagt hat, wenn du dann die Lyrik an den Mann bringen willst, dann musst du sie singen oder sprechen. Und so entstand die Idee, diesen Konzerteabend, diese Lesung, Wahn und Sinn auf die Bühne zu bringen. Ich habe die Musik für den Kurzfilm Wert der Arbeit geschrieben und am Ende dieses Kurzfilms gibt es ein Lied, den Kärer Song. Und den habe ich so als Demo aufgenommen und wollte eigentlich, dass Max Großer den singt. Und als ich das Demo dem Regisseur geschickt habe, rief er zurück und sagte, hey du, wir haben die Version schon in den Film eingebaut, wir wollen die genau so nehmen. Und ich so, Moment, eigentlich sollte das Max Großer singen. Und dann meinte er, hey, das passt doch, ist doch wunderbar. Und das war so ein bisschen der Startschuss, so ging es los. Ich habe dann so ein Jahr lang an dem Programm gearbeitet. Und als es fertig war, dachte ich mir, ich mache mal so zwei kleine kurze Testgigs außerhalb Berlins. Ich habe dann die Premiere im Sixthack Club hier in Berlin gespielt und bis zu dem Zeitpunkt war nicht klar, ob ich das weitermachen werde oder nicht. Nach dem Konzern war es mir total klar. Es vereint einfach all die Dinge, die ich am allerliebsten mache. Geschichten erzählen, Instrumentalmusik als Atmosphäre nutzen, fast filmisch angelegt. Songs zu singen, teilweise Sachen in diesem Spoken-Word-Genre irgendwie mit einzubauen. Ich glaube, das werde ich die nächsten Jahre machen müssen. Auf der Bühne habe ich ganz viele verschiedene Instrumente. Alles das, was ich am liebsten spiele, so ein kleines Zirkusschlagzeug, Gitarren, verschiedene Lupern. Und ich versuche so Atmosphären zu schaffen, die den jeweiligen Song oder Text halt dann auf die bestmögliche Art und Weise unterstützen. So hat sich im Laufe der Jahre ein Abend entwickelt, der sich immer weiter verändert. Aber immer eine Mischung aus all diesen Sachen bleibt.